Herzlich Willkommen! Zurück zu FF4'rest Ja, hallo ...Ehm, ich Mach hier direkt Feuer coordinator Möchtest Du nicht erst schlafen, und dann erst Isso? Ja, dann schlafen wir zuerst Guten Morgen ... Oh, es brennt noch das Feuer, das ist mal ich habe nichts dabei zum ja ich dachte schon du jetzt ist direkt scheiße das wollte ich gar nicht ich wollte mir was schönes braten ich bin ja schon fertig wunderbar ich glaube ich wir haben ziemlich viel schlechtes essen dahin weil irgendwie macht man ja immer so ich glaube alles was so ganz schwarz ist glaube ich nicht nix mehr aber weißt du was das ist ja nicht ziemlich wurscht ja das geht mir im arsch vorbei hat irgendwie keine auswirkung ich hoffe dass es mit der treppe funktioniert ich hoffe es einfach so ja ich habe mir noch ein bisschen was zu trinken ist sehr schön und ich bin fit ist meine flasche voll ich gehe vielleicht mal ganz kurz zum sehender ja genau topf aufzufüllen er ist 50 prozent gefüllt da mache ich den voll den noch hatte inventory equip und direkt mal aufgefüllt es regnet gerade das ist ganz gut ich glaube ich habe jetzt aber ein bisschen stealth armor drauf weil ich habe noch ein bisschen armor frei hat dieses beschissene fluss ach ich jetzt vielleicht rennfahren soll man ich glaube ich nehme mir mal ein medic auch wenn es nicht viel fehlt aber medic findet man immer und immer wieder also ja das stimmt irgendwie bei den erkundungen ehrlich gesagt ist medic jetzt nicht unbedingt das ja gut aber da sind eh noch drei aber ich habe fünf dabei kann ich irgendwie ja wir brauchen mehr regale ja unbedingt da machen wir ein medizinschrank ein sodaschrank ein snack schranken wir können nur voll mit regalen stellen unser bei hause kommt gehen wir zu mir da hat er laufen sich wieder ist mir egal komm jetzt brauche ich zur unterstützung habe ich jetzt gerade so ich dachte ich habe ein tor ich muss das ja noch ausschalten ach ich wollte gerade sagen das bäume nachwachsen was kannst du eigentlich das wäre voll da reingelaufen ja gut also in der nächsten folge dann denke ich vielleicht dran ha 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 ich war erster das war alles voll ich glaube ich habe 29 genommen so gut aber ich habe es keine ahnung in welche höhle eigentlich gehen warum habe ich eigentlich so viel so da dabei ich will gar nicht so viel so damit immer falls wir so da finden ja ich habe auch die sind so da wir haben jetzt leider kein ding oder sollen wir uns schnell in den schrank bauen wo wir ein bisschen reinpflanzen können bevor wir los rennen naja ist ja wurscht weil ich trinke es öfters eigentlich so da weil ich dann doch irgendwie durch bekommen und dann trinke ich alles oder ja gut dann machen wir das so na gut dann immer wieder kurz am strand ich versuche bisschen noch sticks einzusammeln ich jetzt halber dass ich doch dabei habe weil ich habe dann wieder in der höhle gehen und genau da sind keine sticks drin ist ja das ist unser glück das kenne ich ja schon dass wir nicht dabei empfinden wir dort überall sticks aber wenn wir dann warte ich mache es einfach voll 4 sticks noch nicht voll weg du blöder stein ja ich habe 15 sticks habe ich jetzt wie viel kann man mitnehmen und sich genau ich wollte noch mal schnell und lizards gehen und ganz viel liefst aber noch leidung ich bin das die kleinen haa ich wusste es wir auch mal mit der kleidung sammeln weil ich habe noch 12 kleidung wenn wir mal so mehrere dinger totem sehen und so ich habe noch 33 naja genau in den arm habe ich glaube ich bisschen was hat glaubst du man kann unter der knochen rüstung der lizard rüstung zum wärmen anziehen oder die ich weiß es nicht ich habe bekann zwei rüstung anziehen du kannst immer noch wenn du deine rüstung voll ist kannst du ja rüstung anziehen ich weiß nicht ob das was bringt weißt du das ist das problem ja ich mache das ja auch hier bitte volle ob uns wahrscheinlich nichts bringt was drin nein natürlich nicht den lizard nehme ich mir mit dem pfeil auch jetzt wäre eigentlich mal davon so wirst du über mehrere lagen machen kann ja ich bin schon dass man dann knochen rüstung zum schutz dann das re feld soll ich mal mehr mehr haben ist es wäre interessant weiß jetzt in welche höhle wir es noch mal gehen wollen ich glaube ich habe da eine dort wo wir letztens vielleicht rausgekommen sind warte komm mal mit dann gehen wir mal zu den containern wenn du jetzt nicht bei mir bist damit du weißt ach du bist noch bei mir immer in richtung container weil es mir das höhle raus mit ausgangspunkte ja das möchtest du in den spalt wieder reingehen ja genau das wäre doch eine option hast du nicht die hülle wo wir letztens drin waren sondern vorletztes mal alter es sind eins zwei drei vier fünf eingeborene warte habe ich noch pfeile hätte ich ja okay alle überall noch ganz im alkohol wird viel mollis habe ich denn noch ach nee die behalte ich jetzt erst mal ich mache es ausprobieren ich mag es nur mal ausprobieren nice geil siehst du hast du den verküftet oder angezündet angezündet ne also angezündet sehe ich es nicht echt nicht bei mir ist es ein feuerfall ach hier sind die ganzen koffer wieder zu sollen wir die angreifen oder nicht hey da ist schlumpen bin unsichtbar ne müssen wir jetzt nicht angreifen verbrauchte energie jetzt wollen wir die jetzt alle öffnen ist doch eigentlich wir haben doch eh alles voll oder aber paar kleidung das wärs mal ja kleidung halt hallo also überall medizin drin wir sollten vielleicht nicht immer die gleichen koffer öffnen du schlägst mich die ganze zeit wieder an der kacke herr guck brauchst doch medizin ja super ja das war's eh schon oder ja gut ich bin glaube ich jetzt ganz ne das ist ein hause ne komm komm jetzt machen wir mal jetzt ausflug mässig jetzt ja ja ich bin ja schon immer wieder hey da ist ein hause komm gehen wir ja drei schritte hey da ist ein hause hinter dir gespawnt da ist ein 5,6,7 ich geh mal so ein bisschen so nach oben also mich umsicht also ich bin jetzt voller Schlamm jetzt haben sie uns glaube ich gesehen ne ne ich bin voller Schlamm ja ich bin hier mit der Stealth Armor komplett ausgerüstet weil ich hab auch nachgelesen wenn man sich mit Schlamm einschmiert das ist als Tarnung dient genauso wie die Fa... ah genau da hey du hast echt gut hingefunden so oh god jetzt lag das wieder bei mir oh god ne bei mir gehts ah ah ok ich jetzt nicht sagen oh god ähm ja ja was hätt ich theoretisch ne Fackel hey war das schon dort wo wir rausgekommen sind ähm hä hä sieht so anders aus ach genau achso ne das passt schon so glaub ich alter wie viel ne deswegen hä da kann man irgendwas anschauen hab ich noch gar nicht gesehen da ist ein Lagerfeuer so ich bin einfach auch mal so nett und mach einfach das Lagerfeuer ach gut das machst du schon kann ich auch schnell... ah doch hä hier machen wir doch nicht wenn hier so ein Storyding ist aber das hatten wir schon so dark haired person who is trying ja das sind nur so Ausschnitte irgendwie davon irgendwie ey sag mal ich kann mich nicht erinnern dass wir hier waren das war aber ja genau die Höhle eigentlich oder? ich dachte dass wir da rausgekommen sind aber... da ist ein Seil zum runder gehen gehts da weiter? da kann man weiter gehen ja aber ich würd eigentlich eher gerne mal nach unten gehen warte ich schau mal wie weit man denn da nach hinten gehen kann ach da ist wieder der... Kopf wo du dich erschreckt hast? ne ne also hier waren wir noch nicht oder? ich weiß es nicht hä also wie weit gehts denn da runter? ja komm lieber mal das Seil nicht dass du wieder nicht hochkommst oder so bei mir ist wieder so ein Storyding glaube ich ach ach bei mir bei mir ist auch wieder ein Seil ah da sind wir glaube ich noch uuuuuh ok ich hau uuuuuh komm bitte hier Seil ja ober mir sind Eingeborene Alter Alter das ist jetzt so Alter ich will nicht alleine sein wir trennen uns grad voll was ist das? komm doch schon wieder zurück wo bist du denn hin? ah da beim Seil bis unten ja also ich habe auch ein Seil gefunden ich glaube das war das Seil wo wir hier hochgekommen sind ja das erklärt das warum wir hier nicht waren das haben wir einfach nur gesehen da waren wir echt hier noch medic medic also medic bin doch wieder voll ne also ja ich auch wäh sieht echt nicht klafft aus gut als wir hier waren uah uah alter ich habe mich doch nicht so boah fuck alter ich habe gerade wo ganz so anders hin klar voll explizitiert vor mir und so einen Stein ja ich glaube hier gehts noch nicht weiter ist hier Höhlenende oder wie? ja super hä da vollgebracht haha war hier irgendwas wützliches außer Medizin oder? was ich eh nicht mitnehmen konnte ich frage mich auch wieso man nicht so 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 diese Leuchtdinger da mitnehmen kann also was weiß ich was das sein soll Pilze oder sowas ja gut wollen wir dann zum andern Seil gehen hier kann man irgendwie oder? da ist doch irgendwas das ist doch das kann man auch nicht weg springen sieht nicht so aus ja gut dann ja wie gesagt nicht für voraus gibt es nicht über Sinn irgendwo wenn man wohin wohin geht eine ganz natürliche Höhle bin schon wieder hungrig meine Hände wieder ich kann mich damit nicht zufrieden stellen ja wie halt vorhin da ein bisschen ähm Wasserloch was? bei mir schreien die gerade das hört sich an das werden die direkt neben mir äh ich mag mich als erstes hochgehen äh stell dir mal vor du krackst jetzt sowas hoch öffne schaut dir so ein Viech in die Augen nach alter das ist ekelhaft warte ich geh mal schnell zum Lagerfeuer zurück dann machen wir schon was zu essen ich hab Hunger da bin bereit hab was gegessen komm wieder bleibst du noch unten was? ne ne ich komm gleich ich suche nur dass wir nix wirklich nix vergessen haben weil das ist für mich da ist so ein Loch aber ne das war ja schon mal bei diesem Wasserloch wo wir unten waren da war irgendwie auch nix besonderes da war irgendwie auch nix besonderes da ist nix offensichtliches nix offensichtliches nix offensichtliches nix offensichtliches ja ja dann gehen wir da rein ja du musst nur durchgehen du musst nur bissl immer drucken jetzt sind wir letztens auch lange laufen genau aber am side haben wir dann das problem wenn wir runter gehen weil da hab ich den eingeborene gehört ja gut ich hoffe dass es keine fetten sind ich hoffe es einfach bloß gehen wir als erstes runter das darf schon mal als erste runter gehen ach ja ich seh's ja schon ja komm her jetzt sind wir nicht mal da mit nem Schiss ähm ja ich hab zwei gekillt sehr gut ich hab zwar nicht mal einmal zugeschlagen aber ist auch nicht mal ich hab irgendwie Angst halt dass man dann die Fattel kaputt geht wenn man damit zuschlögt ich hab aber Angst dass sie früh ausgeht hier ist ein arm war nicht was ist das ein Holzding hä vor allem die dürften doch gar nicht hier sein wenn wir hier schon mal waren ja ich weiß nicht ob das jetzt ich höre ein fettes ich höre ein fettes hier ist ein storyding ja genau ja hier liegt was äh ja hier fettes was ist das doch hier das ist doch ne die Babys höre ich wieder und irgendein fetten höre ich wieder aber ist das nicht dieses da wo wir schon unten waren wo wir die so fetten dann besiegt hab ne aber schau mal die fettes ist das nicht da schau mal die Leichen da unten an da waren die nicht Alter was ist das man das hört sich vor ach das ist das so einer öh ja ok ne hier waren wir noch nicht ne das sind ganz viele Babys siehst du die aber ich habe mal Molli runter warte ich warte aber bis die alle unter uns sind weil ja gut die Babys sind eigentlich ziemlich ungefährlich ne und da und dann wäre auch auf gehört zu ja aber ich schieße ganz um wenn du den Fallen auf ihn nein oh okay wenn du schon wieder runterfällst ich sag's Alter, wie viele Babys da unten sind? Also, wenn du mit Brandpfeilen auf ihn schießt, dann... Jo, dann verreckter, aber ich hab leider keine... Kann man ganz normale Pfeile einfach anzünden, dann muss man erst Stoff hinhauen. Ja, man muss erst Stoff hinhauen. Man muss Brandpfeile erst mal erstellen, sag ich mal. Ich hatte doch Monoliths da. Diesmal anzünden, bevor ich die werfe. So, nochmal Molli. Aber die hält schon viel aus, ne? Ziemlich viel... Fangen schaden eigentlich. Achso, jetzt ist die Ding weg. Warte, ich werfe nochmal ne Flair. Scheiße. Ah, jetzt rennt der natürlich weg, verdammte Scheiße. Jetzt hab ich's vergessen anzuzütteln. Das kannst du doch nicht. Warte, wie macht man nicht Giftpfeile? Irgendwelchen zu Bären. Ja, wahrscheinlich mit Bären. Sag mal, wieso treff ich den nicht? Wieso zündet der sich bei mir nicht an? Was ist das für Scheiße? Ah. Ich muss noch ne Pfeile erstellen. Wie ging das? Ein Stick... Oh Gott. Nicht Stick ausrüsten. Ein Stick und Federn, ne? Ich hab mal mit einem Pfeile getroffen. Kombinieren und... Es ist so dunkel, das... Kombinieren? Wunderbar. ...nochmal getroffen. Das macht alles so wenig Schaden, Mann. Soll ich nochmal nen Molli runterwerfen? Ja, wenn du ihn triffst, aber mit den Mollis treff ich ihn schlechter wie nen Pfeil. Ne, also ich treff ihn schon, der brennt immer schön, aber... Ja, genau. So ging's ihm eben auch. Und mit Anfallen treff ich ihn. Wenigstens. Ah, okay, der brennt. Oder hast du ihn grad brennt geschossen? Ich hab ihn... Ich hab ihn angeschossen. Die Flares erst mal. Die sind echt schnell leer. Ich hab echt Angst, dass ich hier runterfalle, weil der immer so am Rand ist, verdammte Scheiße. Fickste, das hab ich nicht getroffen. Komm, den Kugel doch jetzt. Ja, geh doch mal weg von diesem Scheiß-Rand. Das kann's doch nicht sein. Also, wie ist das jetzt so tun? Guck mal, der ist ganz hinten am Rand, der Sack. Das ist doch nicht normal. Er will halt an uns irgendwie... Watz. Ich geh jetzt drunter. Nein! 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 Das kann's doch nicht sein! Ich komm runter, bleib auch neben. Da. Alles gut bei dir? Oh shit! Oh shit! Ich bin jetzt ein Baby. Ich hör jetzt. Toll, jetzt bin ich tot. Ich glaub, ein Baby hat mich noch erwischt. Oh, bist du lächerlich. Jedes Mal, warum sterb immer ich, Mann! Warte, ich muss mir die ganzen Babys klingen gehen. Komm schon! Das ist ja eklig. Das ist auch eklig. Das ist auch eklig. Hark, Gott, sag jetzt hab ich schon wieder Leben verloren. Ich bin wieder tot. Ne, noch nicht, ich bin noch grau. Jetzt versaut. Inventar. Einmal Medic nehmen. Oh, alter, das weiß ich. War schon wieder grau. Da liegen überall, äh, Pfeile rum. Ja, das sind meine. Ich hab mal auch zwei genommen oder drei, weil ich auch welche geschossen hab. Can't carry on, Jungs. Alter! Da ist doch irgendwo so ein Baby da. Lass das, lass das Baby da sein. Alter, wie viele Leichen hier einfach liegen. Hier ist wieder das Sorry-Ding. Alter, das ist labbar. Nein! Was? Weißt du, was das ist? Das ist die Card. Das ist die Keycard, Mann. Can be used to open my door. Alter, hier waren wir nur nicht, Mann. Hä, aber es ist mir jetzt... Hä, wie, da sind wir doch rausgekommen. Aber was sind das für Menschen? Das sind keine Eingeborenen, oder, die Menschen hier? Nö. Und wieso sind die alle nackt? Wenn das keine Eingeborenen sind, sieht man da noch? Das sind keine Eingeborenen, die haben Haare auf dem Kopf. Sieht man da noch so? Und die haben Geschlechtsteile. Echt? Ja. Männer und Frauen haben Geschlechtsteile. Hm. Aha. Ist das hier alles, oder was? Ja. Wahrscheinlich. Aber die Frauen haben alle ihre Beine so zusammengedrückt. Das sieht man wieder nichts. Natürlich sieht man den Frauen wieder nichts. Doch, das sieht man aus. Ethical Scientist. Okay. Aber die sehen ein bisschen verschrumpelt aus, hör. Ja, ich glaub, die liegen hier schon ein bisschen länger im Wasser. Nee. Aber hey, komisch eigentlich, dass wir hier noch nicht waren. Ja, vor dem Zinn da, ne? Eigentlich direkt. Nee, aber ich dachte... Ach, da haben wir... Diese Holzwand haben wir, glaub ich, echt nicht gesehen irgendwie. Das ist... Das kann sein, ja. Gut, jetzt mussten wir aber eigentlich nur noch die Türe finden, ne? Wo wir dann da mit reinkommen. Ja, die ist wahrscheinlich unten in mir ein scheiß Ding. Hier liegt noch was zum Ansagen. Hm. Ja, bei mir liegt da nix. Ethical is one Heft. Ähm. Wir sind aber eh schon wieder, ne? 21 Minuten, glaub ich. Ja. Dann beenden wir gleich hier zwischen den ganzen Leichen. Leichen, ja. Wo bist du denn? Ja, wo bist du? Dann... Danke fürs Zuschauen und... Wir haben die KiCat gefunden, jetzt suchen wir die Tür und dann... Kann's weitergehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao. Jo. Ciao.